Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Let's Play Far Cry 3 Jaaa Das letzte Mal haben wir diesen Außenposten mal hier eingenommen Sehr vorsichtig mit 3 Fails Oder mehr Und ja Das mal machen wir noch kleine Jagdmission Ich hab vorhin noch den Bären schnell umgelegt Der im Käfig war So machen wir noch schnell diese Mission hier Fahrt des Jägers Hilf einem Händler indem du 3 Leoparden mit dem am Zielort gestellten Scharschützengewehr erledigst Okay Wie lang Wie weit weg ist es Ist es um die Ecke Das ist beim Dorf Komm ich nehme schnell das Fahrzeug mit Hier Jeep Der Bibel Die darf nie für ihn oder Wie als Gläubige, sehr gläubige Menschen Du Dr. 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 Bump 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 Chark So ich parkiere immer so, sogar auf der Hauptstraße Um zu zeigen Das hier, ey, wir haben sogar das richtige Wehr Richtiges Wehr Cool Dann geht's auf Leopardenjagd Was hab ich eigentlich auf Was hab ich eigentlich auf Meine Pfeiltasten Herstellung Jagd Ne, ich hab keine Jagd Jagddinger dabei, Jagdinstinkt Jagdinstinkt, Jagdinstinkt, Jagdinstinkt Das ist gut Und pfeift Dann hätten wir einen Okay Scheiße Gut, gut, gut So Hm, Leopardenjagd Ekelhaft Chasen Das ist die Natur Okay, da wär der nächste Headshot So Wär der auch erledigt Nur noch ein Tier Dann hätten wir das auch schon Hm, Leopardenfell Und dann pfeife ich mir noch so eins rein So Leopardenjagd Wo bist du? Hallo Ja genau Gehendeckung Und Perfekt Perfekt Muss aufpassen Es sind sicher noch mehr Leoparden Da in der Gegend So Dann gehen wir mal direkt zum Alten Tempel Hier nehmen wir noch schnell Was ist das für ein Blatt? Ah Ist das auch das Kaminrote? Okay Dann nehm ich wieder das Auto Und gehe zu diesem Besagten Ne, warte Kann ich sogar hinreisen? Wo Wo ist das? Oh, da wär noch ein wichtiger Außenposten Den ich noch einnehmen sollte Dann Uff Da muss ich hinfahren Kann ich hinreisen? Ich kann hinreisen Wow Wieso kann ich schon reisen? Der Außenposten gehört ja gar nicht mir Interessante Interessante Oh, vielleicht sind das ja auch Ortschaften Ja, es sind wahrscheinlich Ortschaften Keine Außenposten Super So, was passiert Wenn ich jetzt hier rausgehe Okay Wow Sogar mit einem Fiat Ich nehm dir jetzt einfach Fiat Fertig So Der Tempel ist ja gleich da Um die Ecke Ich muss gar nicht fahren Jetzt zu der Personalliste Kümmern wir uns um die Hauptmänner Okay Okay Das geht auf das Okay Die Deckung wär eigentlich schlau gewesen Von Anfang an Okay, wieder ein Visieren Oh, du Scheiße Nein Der ist ja voll übel geschützt Das ist der Einzige Da unten Da ist einer Das ist der Hauptmann Also einer davon Ja, denn Da ist auch Ne, das ist kein Hauptmann So Für das nehmen wir aber wieder Scharfschützen Wir erarmen Zum Glück hab ich es wieder genommen Ja, genau Am liebsten will ich mich aber am Boden legen So Hä? Hä? Ich hab einen Tiger gehört Oder sonst eine Raubkatze So Jetzt nochmal Deine Chance Deine Chance Okay, der ist hin So Der geht jetzt hin Und findet die Leiche Da ist ein Kiefig Da sind noch weitere Die erledige ich weiterhin So am besten Perfekt Ja, das würde ich auch Manchmal sagen Hast du so Schiss, Alter Du bist ein Soldat Seltener Wow Gut Das lief schon lange Nicht mehr so gut Ne, den treffe ich nicht Na ja, klar Komm Bleib stehen, bleib stehen Hä, wo ist er? Hinter der Ruine Der Pisser Wir müssen wechseln Scheiße, der hat mich noch nicht gesehen Der hat mich Shadow Oh, ein Komodo war ran Scheiße Ist das der Einzige? So, Leuchtstab Nichts Gut Okay, das war's dann hier unten Ich muss weiter hoch Am besten Scheiße Ich geh nicht da hoch Ich geh lieber außen rum Sonst Werd ich da Ah, nee Wahrscheinlich ist es extra So gemacht, dass ich nicht hoch kann Stimmt Ne, ich kann vielleicht außen Ja, ich kann vielleicht außen rum Komm Ah, Ficken Jetzt mach mal hin, Jason Rutsch nicht jedem Hang immer runter Ah Buckel runterrutschen So, dann geh mir halt hier so hoch Wird auch irgendwie gehen Äh, jetzt kommt's wahrscheinlich Jetzt kommt's Jetzt kann er da nicht hoch Ah, Mann Willst du mich jetzt verarschen? Jason Jason So, hier Das haben sie absichtlich gemacht Ich hasse dich Ubisoft So, ah, geht doch So, weil Von dieser hohen Stelle hier Ist es sicher optimal Da runter zu ziehen Ah, perfekt Da wär der da Da unten ist, glaub ich, auch einer Ah, da Ah, der nächste Ich verlang mehr Geld Das hab ich verdient Äh So Erd er auch erledigt Gleiche plündern Oh, hätte ich beim anderen Soldaten auch Machen können, eigentlich Ah, der scheiß blaue Punkt ist mir einfach zu Ungenau Scheiße Sie haben mich noch nicht, sie haben mich noch nicht Nein Nein Wer hat mich bitte? Ah, der Scheiße Ah Ah, ihr kennt mich Scheiße Ah Ah, da liegt ein Pirat rum Ist auch schön Scheiße Fuck Ah Ah, du Pisse So, hier Hoch So, das wär Das wär Dann wär auch erledigt Komm, jetzt stirb Nein Oh, Gott Gleich für die weg, doch Oh, Mann Lad nach So Ganz ruhig Hey Scheiße Das war jetzt fast mein Tod Ah Zieh den Splitt raus Uff Gut Nein Hey, das war doch der Hauptmann Hoffentlich hat der letzte was dabei Ah, das war der da vorne Okay, nochmal Und durch Okay, schnell, schnell Und weg Nein Nein Scheiße Scheiße Nein, wir waren doch jetzt so gut dran Also gut dran ist übertrieben, sie haben uns entdeckt Besser dran wäre gewesen, wenn wir gar nicht entdeckt werden Na, man kann ja nicht alles haben im Leben Für der Personalliste Kümmern wir uns um die Hauptmann Okay Jetzt weiß ich ja, wo sie sind Am besten gehe ich hier auf den Mühl rauf Und erspähe alles Ah, bitte Jetzt lauf doch Ah Verdammter Scheiß Jetzt geh doch da hoch, Jason Meine Fresse Das ist richtig ätzend So Ranzoomen Zwei Da ist der Hauptmann Da ist der Da ist noch ein Der andere Hauptmann ist da drin Kann auch sein, aber dass der da unten das hat Da ist der, wo ist der Hauptmann Da ist noch so einer So Am besten machen wir jetzt gleich den Kill von hier oben So Ja, den muss ich jetzt genau erwischen Sonst ist er nicht tot Oh, schön Schön Schön, schön, schön Wieso es nicht immer so ist Okay, der nächste Der hat Störungen dort Das ist perfekt Das nützt sich Selbstverständlich Nein Schöner Schöner Headshot Schön Hier nochmal nachladen Die da unten müssen jetzt auch sterben Aber die sind gut geschützt Die sind zu gut Für meinen Geschmack Aber ist auch nur ein Helm Oh, nee Lauf doch nicht weiter Nein Ach du Scheiße Das hat mich jetzt fast Gesehen Okay Da unten ist ein Sniper Ein Sniper Was denn Was denn der Scharfschütze Ah, da unten Hier ran Äh Und Nee, da ist der Kopf Da ist der Kopf Da ist der Kopf Nein Unter Stress arbeite ich nicht so gut Scheiße Okay, was auch immer Komm, jetzt geht er hoch Chastain Ich benutze dann sofort den Wingsuit Da oben bemerken mich Sie mich schlecht Perfekt Da oben ist perfekt So Komm, steck dann Nein Beweg dich nicht Nein Okay Müssen wir sein lassen Das ist ja wie eine verschwendete Kugel Muss ich den da unten ausschalten Tut mir leid, dass ich jetzt ein bisschen schleiche Ich will jetzt mal Vorsichtiger Ah, nee, das sind da drin Stimmt Da hinten Da hinten Da hinten Da hinten Da hinten Ah, jetzt kann ich die Leiche durchsuchen Die da drin entdecken mich ja Okay Okay, die haben mich jetzt noch nicht Vorsichtig Vorsichtig Eine down Scheiße So, der zweite ist da und gut Bitte Hab was dabei Raufkopie Ja, das bringt mir auch nichts Nichts Ah, wahrscheinlich ist das Zeug erst beim letzten Das ist so absichtlich wahrscheinlich gemacht Geht es in mich noch nicht Gut Zweite Leiche Ich glaube, das ist ja auch so geplant gewesen Dass ich dann da runtergehe Auch nichts Ich meine noch nichts Ja, sehr klar Oh, oh Uff Wo ist der? Der war doch da hinten Ah, es ist der, der hochläuft Nein, 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 nein Okay, eigentlich umso besser Das ist der Scharfschütze Uh, nicht entdeckt Jetzt aber Ah, scheiße Okay, das war's mit der Schleicherei Wir müssen zu anderen Mitteln greifen Ah, scheiße Okay Wenn er mich jetzt zu heim erwischt Ist es vorbei Ja, ich will die Hauptmänner Du scheiß Scharfschütze Ah Na, meine Fresse Und nochmal Dritter Take Irgendwie klappt das nicht Ich bin heute nicht konzentriert genug Ah, so Ah, so Der Personalliste Kümmern wir uns um die Hauptmänner Ah, ja Kümmern wir uns um die Hauptmänner Ich mach jetzt das mal anders Direkt da hoch Jetzt weiß ich auch, wo die Ah, komm, jetzt geht da hoch Ach, was auch immer So geht's auch So geht's auch Ja, ist auch eine gute Position eigentlich Jetzt, äh Nein 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 Ich wollte den gar nicht werfen Verdammt Das sind die heftigen da Das war's auch mit dem So geht's natürlich auch Boah, die geben so viel Äh, XP Ah, das waren in diesem Fall die heavies Wenn man so sagen will Kann Mächte Da oben kommt noch der andere Also kommt eine Dener ledige ich jetzt Ah, scharfschütze Gewiss besser Lieber auf Distanz Tot Nein, bleib doch stehen Ah, scheiße Hä? So, den hab ich So, den hab ich auch So, der nächste Die nächsten zwei Die haben mich noch nicht entdeckt Zum Glück Deine Mama ist ein Verräter Hey Alter, verreckt So Okay, solange ich die zwei heavy Jetzt muss ich nur noch die Scharfschützen Ausschalten Nichts Jetzt kommen die hoch Komm, wir ziehen die Folge ein bisschen Kommt noch einer Ey, stirb doch mal So Der kommt jetzt gleich da Komm So Action hier So Hätten wir das mal So Nein Nein, tauscht doch nicht die gute Waffe ein Äh Mann, ich hasse dich So Scheiß Ubisoft Machen eigentlich gute Spiele, aber verdammt Wieso können sie sich... Ah, das ist ein Toter Ich muss mich jetzt merken Gelb, hä Gelb ist die Gelb ist das neue Rot Den muss ich ausschalten Da unten Nein Ah, du Depp Ah Jetzt heil dich Heil dich So Ich mach die Mission jetzt schon noch zu Ende Okay So Schnell Irgendwie haben mich die nicht gesehen Wo ist der? Ja, deine Mama schützt sie auch immer wieder gerne Der Scharschütz So Das wäre Erledigt Der wäre auch tot Und der nächste Bitte Ja Ah, schön Ja 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 Nein, er hat mich Okay Fick dich Ich muss nur noch zu dem da Und der war noch kommen weg von hier weg von hier aber so so ich bin mal diese Folge zu verletzelt dass er das vertragen muss vielleicht fandet sie auch spaßig was auch immer ich danke fürs Zuschauen auch wenn es scheiße war heute wieder und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder danke und tschüss